Der Channel ist für uns schon immer wichtig gewesen. Wir machen ja heute schon unseres Geschäftes zu 80 Prozent über den Channel und zukünftig im Data Center Bereich wollen wir das auch entsprechend tun. Und die Awards ist genau das, was wir als Feedback zurückbekommen. Das ist ja entsprechend die Wertschätzung vom Markt, von Kunden und Partnern, daher extrem wichtig. Na gut, das ist das Schöne. Ich habe die Vergangenheit und die Zukunft in der Hand. Die Vergangenheit in Form von PCs und Sensory Clients und in Form von der Zukunft das Storage-Geschäft. Dafür sind wir auch gekürt worden. Wir werden uns in Zukunft komplett auf das Data Center Geschäft konzentrieren, auf SAP, auf resiliente Datenplattformen, auf das Thema HCI und Hybrid IT und in weiterer Voraussicht um das Thema KI und Quantencomputing. Fujitsu entwickelt gerade zusammen mit der ARM-Technologie eigene CPUen im Rahmen von KI und Quantencomputing. Und das ist die Zukunft also voller Fokus auf das Data Center-Geschäft.